So, mal schauen was hier abgeht. Das sind ein paar ordentliche Superspins. Aber voll da und ein Nadelkissen. Macht er nicht. Kommt auch nichts hinterher. Das ist ja auch nicht viel besser. So, jede Chance geben wir ihm noch. So, ein paar Tage sind wir raus hier. Gut, na dann soll das sein lassen. Spielwechsel. So, dann schauen wir mal was bei Faust los ist. 1 Uhr Einsatz. Ein K gibt's. 4 Uhr. 4 Uhr. 5 Uhr. 3 Uhr. 7 Uhr. 7 Uhr. 4 Uhr. 5 Uhr. 7 Uhr. 1 Uhr. 2 Uhr. 25 Uhr. und die nummer zehn ohne vollbild heute und heute drehen wir mal eine runde 2 uhr 2 uhr ist gut los geht's die waren schon mal weg die sitte da unten 40 wo ist noch eine karte ach ich weiß nicht ok und 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 das ist eine ganz schöne talfahrt hier auch daneben einmal nichts wir gucken euch mal hier rein das war das war mal laufen ja ja Vielen Dank. das ist so es ist 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 es ist Das war's für heute. Vielen Dank. Dann eben, ach, ich glaube, wir wechseln noch mal eine Runde. So, und wir drehen mal genau runter. Der bleibt zu. Wir wollen aber was offenes haben. So, ich habe es noch einen Halt. So, ich habe es noch einen Halt. Hallo, es wird nachzieben. Ah, weh! Nehmeh! die Wienerhüter, die Klunga die Wienerhüter gut schafft nicht mehr Spielwechsel So, dann machen wir hier noch ein paar Drehungen, mal gucken ob sie kommt Die Flamme Dribble Flame Da war sie schon So muss das aussehen Wahnsinn Los packen wir uns eh da rein Oh oh Okay, ohne Flamme Einmal nix Schade, schade, schade Und wir versuchen heute mal wieder hier unser Glück Los geht's Ein-Ober-Einsatz Kaputt Kaputt Ui Helament noch mehr kann man ja nicht klauen gibt es doch nicht ein bisschen mehr sieben glocke ist voll kröschen hoch war voll sorry Amen. Dann müssen wir noch mal wieder ein bisschen auffüllen hier. Oh, das ist noch eine 6. Mach da nicht. Oh, das ist noch eine 6. Okay. Oh, das ist noch eine 6. Tch, 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 Tch. Tch, 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 Tch. Tch, 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 Tch. voll und gleich kommt Stopper, ja war so klar und gleich kommt Stopper, ja war so klar Stopper, ja war so klar naja, also ich glaube voll, man tut alles nicht mehr hier heute Stopp, na geil der macht den Laden zu hier mal gut, dass wir es ein bisschen rausgetoppt haben mal gleich machen können 15, so die nehmen wir auch noch ja damit so, das war's oben sind wir heute nicht angekommen schade, vielleicht beim nächsten Mal so, dann drehen wir mal hier noch eine Runde her, also wir sehen mal so, dann darf man Passt ja mit einem Arsch zusammen hier. Übel! Schon sind wir unten angekommen. Und heute gibt es mal eine Runde Black Hole. Gehen wir auf den Euro. Na los! Schon kaputt. Gut! 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 Notfalle. Das ist der Hombretta Victor. das zündet ja nicht wirklich das zündet ja nicht wirklich so wir nehmen sie mit wechseln wir als spiel nochmal das ist mir zu lasch hier plus minus null dann drehen wir doch mal hier nach unten 1 20 plus sehen los geht's ok dann haben wir uns auf die Okay. das ist eine volle packung da linke seite man hat das immer so lange dauert ich gebe auf 2 Ach man, runter. Schweinskram. Ich kann es nicht abheben können. auch nicht dann haben wir ja geschafft würde ich mal sagen einmal nix und wir gucken mal bei Hotchains rein zwei Euro Einsatz das wäre cool Falscher Anfang schon Käse na oh ich habe es schon gesehen schade na das war mal wieder eine schnelle Nummer so dann gucken wir mal rein zwei Euro mal gucken ob er was macht so 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 Jetzt musst du bis hinten durchziehen. Ah, ah, eh ja, voila, sehr schön, sauber, hübsch, hübsch. Lema! 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 Lema!